Jetzt gibt es Runde 11 bis 15 auf dem Luigi Brett, aber vorher ein Minigame. Keine Ahnung, das ist wirklich schwer. Das ist echt schwer. Luigi wins by doing absolutely nothing. Schade, ich hätte lieber genug gehabt für den Buu, aber reicht leider doch nicht. Schade. Schade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mal wird nichts Glück haben... 50 kostet ein Stern-Clown, ne? Ja... Leider! Manu darf mir nicht zu viel würfeln, damit er nächste Runde nicht... ...den Sternen abgreift. Gut, ich könnte auf die Bonus-Sterne pochen aber... A und B abwechselnd, das ist doch scheiße! Ich dachte, ich muss A-Spam. A-Spam könnte ich aber A und B gleichzeitig? So, ab nach Runde 12! Klar, mir ist eigentlich egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich will eigentlich... ...mein Spaß haben, aber... Das Problem ist halt, wenn du Dauerpech hast... ...macht das halt keinen Spaß. Gut, das kann mir jetzt eigentlich egal sein. Wenn Mario den kriegt, steht 1 zu 1 zu 1. Ja, Bowser auf dem Brett ist wirklich assi! Okay, Mario kriegt den tatsächlich nicht. Aber wenn ich weiterhin so vorwärts gehe, dann hat Luigi den. Das darf nicht nochmal passieren! Oh, nicht nochmal die Rennbahn! ... ... ... ... ... Oh, ich habe echt Probleme mit dem Scheiß. Ich habe echt Probleme mit dem Scheiß, ey. Ne, da sind die Computergegner schon noch leicht und dann so ein Scheiß. Die Minigames liegen hier nicht. Es gibt ja hier in Mario Party 1 noch keine Items, also nur mal so am Rand erwähnt. Fick dich, Peach. Jetzt habe ich nichts mehr. Du Dreckschlumpe. Geschieht dir recht? Geschieht dir recht? Ich hole mir den Stern zurück. So, habe ich jetzt mitgezählt? Jetzt war es jetzt Runde 13? Ich hoffe es mal. Ja. 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 Ich hoffe, dass ich runde. Pfff, dann auf Zobber nur 14. Ok, Luigi würfelt zu hoch. Ich darf jetzt aber nicht zu hoch würfeln. Ach man, eine 2 hätte es besser getan. Um. Da, da, da. Ja, immerhin. Runde 15, bitte. Ich hüffle zwar das Geld raus, aber... Sterntechnisch. Kriegt Peach schon seine zweite. Obwohl, der hat nicht genug Geld, aber ich komme auch nicht dran. Weil vorherige Runde gewürfelt, was ich vorherige Runde gewürfelt habe... Hör mit dem Stern-Peach! So, und das war Runde 15. Nur noch 5 Runden. Schatztaucher, also im nächsten Part. Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!